Schaut mal, warum 10 geht es mir um? Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Rainbow Six Siege auf dem Konfigur-Kanal und wir haben nach einer Sekunde die Bombe gefunden. Guten Abend! Gigi! Ich hol mir nochmal eben die Rüstung. Unser Bomben-Spot, den kennen wir ja schon. Und den kann ich ja richtig gut countern eigentlich. Mal gucken, ob die die Counter-Spots hier kennen. Einer hat noch Rüstung. Ich hab. Mal, jetzt hat ein bisschen lauter drin, so. Wenn ihr Reinforce habt, bitte hier ran. Dann, dann bring's nix, Bernie, da bring's nix. Hör auf. Dankeschön. Hier, hier hinten, bitte. Da. Dankeschön. Achso, das sind ja zwei Spots. Mach da keine Infos. Oh mein Gott. Ich bin, ich geh mal lieber hinten durchs Flugzeug durch. Ja, mach die Drohne weg. Ich brauch aber jetzt Camps. Ich brauch dringend Camps. Wo stelle ich denn mein Ding hin, also meinen Tachaka-Teil? Ich hab dein Ding, wo du das sind schon gesagt hast, keine Ahnung. Jetzt geht das schon mit. Wenn das so groß ist, ja. Okay, hier bei A sind auf jeden Fall hab ich grad nen Herzschlag gehabt. Einen aber nur. Geh da mal weg. Die können dich da doch eigentlich von hinten ficken, oder? Da ist doch die Treppe. Nee, ich hab Sicht zur Treppe. Achso. Bist du seitlich? Okay. Ja, ja. Oh, Twitch Drohne. Mach die weg. Oh, hat sie vorbeigeschossen. Hast du? Ja. Und du weißt jetzt wo ich bin. Okay, A. Einer. Haben sie vorbeigeschossen. Einer unten. Einer unter mir. Einer nur. Aber schon mal, damit die Leute das wissen. Da ist der Twitch, der ist oben bei der Treppe. Der ist oben? Kommt der hoch? Der kommt bei euch. Oh, fack, fack, fack. Durch die Tür, durch die Tür bei uns, Bernie. Bernie, raus aus den Camps. Raus aus den Camps. Raus aus den Camps. Hinter uns, hinter uns. Kann die Twitch nicht holen? Die ist direkt unter mir. Hier ist die Twitch direkt. Hören die das Piepen von dem Herzschlag-Sensor eigentlich? Ja, glaub schon. Ich glaub schon. Ich bin aber selber nicht ganz sicher. Ach, Bernie. Ist bei euch jemand? Schild? Wieso sagst du nichts? Schild. Der muss sagen. Sub, gehst du rüber? Daniel, bei dir ist nur die Twitch. Da war nur einer. Ich geh da rüber bei den Jungs. Na, ich war trotzdem ab. Ja, wo meinst du halt? Counter von hinten. Von der Tür da. Um zwei. Oh, die Twitch kommt. Ja, aber die musst du jetzt alleine versuchen. Die kommen von oben. Die kommen von oben auch. Ja, ich komm, Cooper. Chill, chill, chill. Ich counter. Ich counter. Ich counter. Die hat mir aber auch schon ganz schön gedrückt. Das war, ich glaub, bei dir war aber nur eine. Da war, glaub ich, nur die Twitch, Daniel. Sub, hinter dir. Hinter dir ist, äh... Chill, 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 chill. Ich komm jetzt von hinten. Hinter dir ist, äh... Ich hab grad, hinten ist leer, das sind zwei Mann bei der Bombe. Daniel, du musst mal eben kurz bei B, die... Ich hab zwischen zwei Mann das C4 reingeworfen und der hat mich im letzten Moment gekillt, ey. Ich kann dir aber nichts garantieren. Da, da, da. Schieß, schieß ihn von der Seite ab. Flaschen. Wo ist der andere? Der ist den Gang durch, den Gang durch. Wir müssen deaktivieren. Wir müssen deaktivieren. Ne, Daniel, mach den. Mach den. De... Oder deaktivier. Hol mich und ich deaktivier. Deaktivier schnell. Ja, hau drauf. Oh, reicht das noch? Schön. Schön. Ja, das war doch sehr, sehr geil. Okay, wir haben mit dem Counter nicht gerechnet. Okay, gut zu wissen. Und der ist mal Junge gefressen. Oh, ich hab zwischen zwei Mann das C4 reingeworfen und in den letzten Sekunden... Ich hatte schon das Handy fast in der Hand, ey. Genau so bin ich auch gestorben im Sub. Hattest du gestern auch schon, ne? Ja, ganz schön. Ja, geht doch. Alles easy, alles easy. Twitch? Okay. Wenigstens probiert er endlich mal was Neues aus. Finde das Reflexpunkt auf Visier von dem auch gar nicht mehr so verschlecht, dieses russische da. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Braufe aufzuschließen. Von, äh, ich bin... Keller, Keller, gleiches Platz wie wir wahrscheinlich. Also generell das Reflexpunkt Visier der russischen Einheiten. Ja, Keller. Keller nicht spawnen oben... Okay, die haben einen Dock auf jeden Fall. Ich bin... Die haben Capcan, Vorsicht, der könnte countern. Capcan könnte countern. Aber die so unten... Keiner, wir wissen ja. Äh, wollen wir alle auf einen Spot gehen? Ich weiß immer noch nicht, wie man den am besten eingreift. Capcan macht grad Doobie Traps an der äußeren Türen waren. Die haben auch Puls. Die haben auch Puls. Nein, ich bin voll in den Mute reingefahren. Da hol ich mir von oben den Puls. Oh, ich hätte fusen können. Den Puls hol ich mir von oben. Ah, fucken letzte Sekunde. Ich war fast bei der anderen Bombe, ey. Alles gut, ich weiß ja, wo die zweite Bombe ist. Ist in dem gleichen Spot, oder? Ja, ja. Ja, das sind ja... Der Keller gibt's nur die beiden Bomben-Spots. Klasse, lass mich fordern. Ich versuch sie da von... Ähm... Dann riech mal den Blitz-Typen hinterher. Auch wenn wahrscheinlich Koba mich wieder geflaschen wird. Ja. Ne, mit dem Blitz... Mit dem Schild geh mal bitte zwei. Seid ihr? Achso. Ich fahr da erst mit ner Drohne, Sub. Ja, wir sind... Ich geh mit Drohne. Ja, hab ich gesehen. Ja, wir sind... Ja, wir sind zu zweit und Bernie, also... Kommt schon hin. Cockpit ist safe. Oben. Okay, da ist ne Bubi da bei der Tür. Du könntest schon mal rein, Sub. Äh, wo hast du da? Da oben die erste Dings ist safe. Ja, ist gut. Ich fahr jetzt den Gang dann durch. Da ist gleich links rüber ne Castle Wand. Mit äh... Mit äh... Schild dahinter. Da scheint auch... Gut, das scheint gleich die Bombe zu sein. Mit der Kassel... Die Kassel ist auch mit Bubi. Wir könnten versuchen da mal aufzumachen, ja. Kessler, es countert keiner um. Bernie, komm rein, halt die Tür im Blick. Bist du schon drin? Ja, ich hab die Kimme von mir kaputt gemacht. Warte mal, lass mich mal, lass mich mal. Ich fahr mal die Treppe da runter bei uns. Jetzt aber gemute. Hier ist aber wahrscheinlich mute. Also ich komm wahrscheinlich nicht durch. Warte mal, wie das da aussieht. Na, aber meine... Treppe runter. Ja, die Masse kann das auch da unten, ja. Guck mal auf die Tür und... Okay, da wird geblitzt. Wollen wir vielleicht zu A gehen? Wollen wir einmal durchs ganze Flugzeug und zu A? Kümmer machen. Oder guck mal lieber auf die Treppe. Maximale Verwirrung. Ja, ist klar. Vorsicht da, Jörg. Wollen wir, lass mal zu B, weil wenn wir zu A gehen, müssen wir durchs ganze Flugzeug durch. Um da hinschärfer zu holen, falls die da unten down gehen. Wir können auch von oben... Oh, da ist einer auf der Etage auf... Okay. Erdgeschoss hab ich natürlich nicht. Doc ist Erdgeschoss ab. Hintendurch. Schieß doch, Bernie, Mann! So schnell. Hat der mich instans. Statt. Ja, egal. Geh def, geh def, geh def. Der kommt auch ein Doc wahrscheinlich von hinten. Guck einfach, dass die aus dem Loftichter quasi sind durch Russian. Also genau, bleib so stehen, Bernie. Ist echt schwer anzugreifen da unten. Mhm. Ja, du hast sie nicht geflasht, fürs Flash musst du dir sehr nah rangehen. Ich glaub wir müssen mal alle nächstes Mal, ich will das mal ausprobieren, dass wir nächstes Mal alle auf A gehen bei den Eingängen da. Da Bernie ist der einzige, die der Feuerkraft hat der letzte, ne? Kopa mit seiner Piste. Bernie muss doch mal hin. Ja, geh da rein. Ja, das ist nämlich das, was ich vermute. Von hinten, Kopa, von hinten. Kommt der Doc. Kommt noch einer von links. Macht der Nathan? Nee, der kann auch nicht sein. Das war krass. Flash nochmal. Egal, der kommt jetzt. Flash! Ah, okay, immer noch mal. Ich hab kein Flash mehr. Warum? Weil er nur 5 hat. Ich hab nicht unendlich Flash, das wär ja OP. Das ist ja eigentlich ein Typ, der Junggau. Aber jetzt war ja, wenn die mich zu 5 rushen, dann hilft auch kein Flash. Okay, vielleicht. 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 Ihr hättet ein bisschen ihn ausgezogen. Ihr hättet ein bisschen ihn ausgezogen. Ärgerlich. Hm. Kopa hat. Was machst du nimmst? Mute oder Bandit. Oder Rekrut. Und das geht auch. Mute hat doch funktioniert. Never change a running system. Ne, ne, bleib bei Bandit. Was schon. Mute. Worte funktioniert. Funktioniert in der Runde zuvor. Haben wir gewonnen. Guck mal, wie nur was deutsches spielen. Nein, natürlich zu Recht. Deutsche Volk. Ich brauch Rüstung. Oh Gott. Was brauch ich denn jetzt denn hier? Vielleicht hab ich wieder mehr Laves. Komisch. Wendet mal hier am besten am Eingang. Wie das Bild im OBS-Vorscherfenster auch irgendwie viel dunkler ist. Ja. Ist schon ein bissl. Ich geh wieder counter. Ich glaub wir sollten die das aber erwarten. Ich setz mich übers Cockpit. Weil da werden bestimmte... Darf euch den Mann auch immer Reinforcements. Ich hab keine mehr. Ich hab bei A hinten gemacht. Okay, jetzt gleich wieder zu A hinten. Wir sind überall. Also wenn ich down bin... Ja hier kann ich keine von... Geht alle A? Und lasst Benny alleine? Wieso gehen jetzt 3 Zoller? Ich wollt hier hin, weil ich hier nur mein Ding hinstellen kann. Mein Mg. Bei B geht es nicht so richtig vom Platz her. Sub sagt als erster geht A und auf einmal rennen alle hin. Die Gegner haben eine Bombe. Shit. Die können ja nur hier vorne durch den Haupteingang kommen. Was ist das? Vorsicht auf Glass. Wenn ihr noch im Gang seid. Benni, du musst nur hier vorne Cockpit die Cams gucken, ne? Du kannst die übrigens auch ins Mg heran stellen, wenn du willst. Ja. Okay, bei euch ist einer Sub und Daniel vor euch. Diesen Haupteingang einer. Haupteingang ist drei. Drei Haupteingang. Drei Haupteingang. Drei Haupteingang. Hm. Gehst du im Mg? Ja. Was blöd ist, ich... Halt, bei B kann ich es halt irgendwie nicht richtig reinstellen. Das ist ein bisschen dann ärgerlich. Aber naja. Die haben Twitch. Nicht richtig sicher, oder? Fetcher. Kann ich eigentlich... Hier ist auch oben, bei mir sind zwei oben. Oh, von der Seite. Ben hier hinter dir. Ja. Ben hier hinter dir. Schild. Okay, ich sah bis dort. Schild und Vetscher sind bei uns. Ja, die haben mich. Ihr müsst da mal... Der letzte, der lebt, Cooper. Du musst mal eben hin. Sind die bei euch auch Cooper? Ja, ich bin tot von zwei Seiten. Oh fuck. Bernie ist verletzt. GG. Er ist ziemlich hart genommen. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Loll. Oh, Loll. Oh, Loll. Oh, Schörte. Da hab ich meine Maus nicht gedreht bekommen. Bin ich hängen geblieben an meinem, an meinem Dingens. Ja, dein Ding. Äh, ne, an meinem, äh, an meiner Führung. Bin ich hängen geblieben. Komm, hier kann ich meine Maus nicht weiter nach rechts machen. Chance. Gute Führung. Komm. Oh, Mann. Warum seid ihr denn alle so schnell down gewesen? Äh, wir wurden von zwei Seiten gleichzeitig gefickt. Und die wurden vom Schild. Konnten die irgendwie nicht killen. Keine Ahnung. Ja. Zwei Leute, zwei Seiten. Easy. Muss man auch mal einen wegnehmen. Hatten die Firmite oder was? Nö. War doch Reinforced. Ich guck Keller. Ist doch auf der einen Seite, wo wir nicht, äh, Reinforced hatten. Keller ist es nicht. Kein Keller. Ja, Schörte. Wir sind, wir haben gleich jetzt. Ja, Mittelbereich. Eck, Eckraum oder Mittelbereich. Mittelbereich. Glass, wer spielt Glass? Eckraum. Da, wo wir eben grad waren? Ne. So, Eckraum mit dem aufgestellten Brett da drin. Ach, der, ja. Ja, ja. Und Mittel. Tatsächlich. Also, du könntest welche wegnehmen, sub, von außen. Könnte ich. Mal gucken. Knatschen. Sag ich, ja, könntest du. Wow, Bernie. Die können mich zumindest von innen nicht erschießen, wenn sie mich rauskommen. Die können nicht durch die Fenster schießen. Mhm. Wobei ich aber nicht weiß, wenn man durch die Fenster durchgeschossen hat. Ich hab ein Entschärfwort. Ich dropp mal ein Entschärfer. Ich dropp den mal. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Entschärfer wurde zurückgeholt. Na, dann gecht euch mal durch vorne herein. Also vorne beim Cockpit. Äh, Cockpit. Aufpassen, dass ihr am Kapkan. Kein Wunder, dass du über einen Cock lachst. Warte, Junge. Ihr lacht doch die ganze Zeit über A Cock. Ja, du redest ja auch so komisch darüber. Du musst es ja immer wieder betonen, dass es A Cock heißt. Mhm. So, Kamera kaputt. Die wissen aber, woher ich komm. Äh. Mensch. Guck du mal da hinten in dem Ding, in dem, äh, Zimmer. Keiner guckt treppen, ist schon mal gut zu wissen. Das, ob da, das... Soll du ein Cockpit? Nein. Kannst schon aufmachen, theoretisch. Hier hinten ist niemand. Gut. Okay, hier ist auch keiner drin. Das da wollte ich nur sicher gehen. Kennen die das Ding hier oben nicht? Hier oben ist schon wieder keiner, glaube ich. Okay, Gang ist auch keiner. Wir könnten von oben kommen, Kopa. Von oben und dann durch die Löcher schießen. Na, jetzt haben sie mich entdeckt. Ich musste die Kampeln. Jetzt wissen sie von... Warte, wenn du willst, kann ich sie nicht, kann ich eine Drohne vorschicken. Ja, du hast eine Twitch-Drohne, mach mal. Aber die ist langsamer, Bernie, ne? Nimm mal die Jitsch. Dass ich den Gang grad auch kennen, kann sein, dass die alle liegen. Du kannst mit der Taser und das kannst du, da kannst die Elektroniker mit kaputt machen. Guck mal, wir können von oben durchfusen, wenn wir jetzt den Gang da durchkommen. Ja. Pass mal auf, ich geh vor. Ich geh vor. Aufwand, da ist... Du kannst ihn wegnehmen, der hochkommt, vielleicht theoretisch. Äh... Da ist ein Smoke auf dem Weg bei dir hin. Am Boden. Da kommt einer entgegen, Daniel. Ich hab ihn angeschossen. Guck mal, Fuse mal hier rein. Da. Okay. Hier war grad einer. Der hab ich angeschossen. Schade. Wo ist denn der? Und dann Fuse noch mal hier rein. Da hab ich grad nen Köpfe. Ha, Verletzungssystems. Das war der von mir. Ich hab ihn von der Seite schon angehittet. Ja. Da hinten nix wird jetzt auch alles. Habt ihr mal guckt, ob oben? Das waren nur die beiden Spots. Ich fahr jetzt mal mit der Drohne hier runter. Und ich bin, guck ob wir da runterkommen. Ich hab noch ne Drohne. Ich kann noch schauen. Ah, ich guck mal schnell ins Cockpit. Komm mal zu mir da an die Leiter. Ich guck mal, ob wir hier runter... Oh, ist sie da hingeholt? Okay, hier können wir runter, Kopa. Oh, da ist einer tot. Haben wir uns überprüfen, ob der einer ist? Ne. Wir können runter und von hinten zu B kommen, weil da sind die Wände auch nicht reinforced. Hab einen Mute verletzt und gekillt. War der oben? Sehr gut. Nö, ich hab ihn von oben erledigt. Von dem Raum. Ich komm von hinten, Kopa. Wenn da ist ja safe dann bei dir jetzt gerade. Daniel, warte. Ah, keine Ahnung. Ah, ich will trotzdem mal gucken, weil da sie reinforced haben. Zumindest oben ist safe. So meine ich das. Ach ja, Daniel. Einer ist noch in dem Präsidentenzimmer. Da sind zwei im Präsidentenzimmer. Guck mal, guck mal. Guck mal in dem kleinen Raum da, ob da einer drin ist. Meine Chemie ist weg. Äh, zwei sind im Präsidentenzimmer. Nein, der Klamm ist niemand. So, weil ich weiß. Ich glaub nicht. Ja, weil... Ja, dann vertraue ich mir einer drauf. Im Präsidentenzimmer. Ich glaub, die rechnen damit, dass sie einlossen haben. Ja, egal. Du hast einen weggekommen, beziehungsweise verletzt. Pass mal kurz auf. Können sie ja theoretisch schon mal aufm Weg machen mit rein. Ja, ihr habt nur noch 30 Sekunden. Muss, äh, muss dich doch. Da ist einer drin. Daniel, du musst da jetzt vor. Bei mir ist nämlich safe. Die Bombe bei mir ist safe, theoretisch. Ja, meine Bombe ist safe. Ich hab da zumindest erstmal jetzt keinen in der Ecke gesehen. Das war der Erste. Daniel, du musst da jetzt langsam hin. 20 Sekunden. Ja, ich weiß. Aber ich hab da wahrscheinlich nichts getötet. Das ist zu langsam. Ja, ich bin tot. Ja, du warst zu langsam einfach. Ja, der hat mich so oder so gekippt. Nein, das war zu langsam. Wir haben zwei Leute weggehabt. War einfach zu langsam. So, wo ist der Entschärfer? Da drin. Die Gegner killt. Boah, Alter, ey. Jetzt gib mir den Rücken da, Sub. Oder Cooper. Da ist er. Oh, hier hinten ist der Ecker. Ja. Leute, hat der das nicht gesehen? Nö. Ich glaube, wir haben ihn so vergewaltigt. Ey, wir haben ihn so vergewaltigt. Von beiden Seiten. Hier. Meine Fresse war das Stress, ey. Das war einfach eine Vergewaltigung. Aber das ist echt gut, dass man nur den Entschärfer anfangen muss bei der letzten Sekunde. Und dann hat man Verlängerung, ey. Das hat uns echt den Arsch gerettet. Der hat sich nicht mal gewertet. Oh, wie wir den penetrieren. Es waren ja schon zwei down, deswegen hättet ihr schon vorgehen können. Wir wären von hinten gekommen, selbst wenn ihr down gegangen werdet. Wir brauchten aber, weil wir hatten echt nicht genug Zeit. Das Problem war, einer war in einem kleinen Raum drin. Sondern, wenn ich vorgelaufen wäre, hätte der mich spätisch geschehen. Ihr wart zu zweit. Der kann ja nur auf einen schießen. Mhm. Und während der auf dich schießt, kann der andere den anderen wegnehmen. Oder du hättest Bernie vorlaufen lassen, hättest den anderen weggenommen. Ja, gut. Bernie vorlaufen lassen. Na gut, Bernie wäre eh gestorben, deswegen. Dann wäre das wohl besser gewesen, ja. Aber wie der Doc uns nicht gepeilt hat hinterm Shit. Ich war schon im Raum um Plante und er hat mich nicht gesehen. Unglaublich, dass er dich nicht umgebracht hat, nicht mal bemerkt hat. Und er hat nicht mal auf uns geschossen. Also ich habe ihn penetriert. Okay, gleiche Spots. Die haben gleiche Spots. Sehr schön. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Was hätten wir da hinterher? Ach, Bernie, hi. Oh, ich hatte die Bombe doch schon gesehen, Mann. Das ist so kompetent, ey. Meine Fresse haben die viele Schuss auf meine Drohne gebraucht. Ja, echt so. Ich hatte sogar fast die Bombe schon gesehen und dann, bumm. Dann weiß ich, wo ich reinkomme. Dann spreng ich da mal gleich ein großes Loch da bei denen. Schwirr drüber. Machen das einfach so wie eben gerade. Ja, Bernie hat noch gesehen, okay. Interessant. Ja, wir machen es genauso wie vorher, Junge. Das läuft ganz gut. Mal gucken, wo ich spawn. Ja, gut, dann gehe ich von hinten durch. Oh Gott, wir müssen ganz quer übers Feld rein, ey. Ja, dieses Mal können wir das alles, weil wir jetzt wissen, wie wir handeln müssen, können wir das alles schneller machen. Also, wir müssen schneller. Oder wir gehen den Eingang. Ja, den können wir auch nehmen. Aber dann sind wir gleich Erdgeschoss, ne? Dann haben wir gleich Feinfeuer. Ach so. Ja, okay. Dann kann ich schon die Drohne vorschicken. Mach halt mal. Ja, mach mal. Dann geh aber irgendwie in die Ecke hin. Einos Vorrichtung. Den Eingang kenn ich auch noch nicht. Du stehst da ganz, ganz dumm. Sieht sehr interessant aus, oder? Oh, da ist schon einer. Hab ihn. Oh, sehr schön. Vorsicht, ich komme runter, Koba. Hier ist safe, Alter. Ich wusste nicht, dass man hier... Ich habe gedacht, er kommt und er ist im Vorraum, weißt du? Ich wusste nicht, dass man da nicht zufrieden ist. Wir kommen nicht auf der anderen Seite. Keiner. Ja. Gott. Gut, Mute ist down. Na gut, dann wage ich mich schon mal vor. Koba ist safe? Äh, keine Ahnung. Ja, ist safe. Doch, doch, ja. Du kannst erst mal zum ersten Fuse-Spot wieder gehen. Eine riesige, verdammte Sache. Äh, ach, die ist reinforced. Komm mal her, Bernie. Die sind beide reinforced, die paar Spots. Ah. Geh mal da an die erste Leiter, ich fahre mal runter. Ach ja, aber wir haben das zugelernt. Geh hinter die Wand. Kommt ihr jetzt von hinten, Daniel und Bernie? Ja. Ihr seht jetzt anderen Spot, ne? Äh, wir müssen Koba und ich von vorne kommen. Wir haben doch gesagt, wir machen das so wie eben gerade. Ja, aber ich bin halt auf der anderen Seite gewesen. Ach so, ja. Super. Ist hier keiner? Hallo? Ne, hier ist keiner. Das ist noch ein Vorraum. Das ist noch der Vorraum, wo du gerade getormited hast. Das ist ein Vorraum. Bin ich überhaupt nicht. Das ist der B-Zugang. Ne, könnt ihr dann wenigstens hier die Leiter hoch und oben rein fermenten? Warte, 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 warte. Dann können wir immer durch Spots tauschen. Ich fahr, ich hab ne Drohne, ich bin da jetzt mit ner Drohne drin. Guck mal, ist da einer drin im B-Raum. Ich hab da jetzt gerade erstmal keinen gesehen. Daniel, kommst du hier hoch? Warte, 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 warte. Wir gehen zu denen, Koopa. Da, maximal ist da einer. Wir gehen zu denen. Geh, warte, geht ihr beiden noch nicht? Wartet eben, Daniel. Warte eben, Daniel. Einer. Ja, markier den. Den können wir ja wohl wegnehmen mit 4. Wüste, wüste. Ja, wo ist der? Wie, du sagst Einer. Du kannst doch nicht Einer sagen und sagst dann, wo ist der? Wie, ist da jetzt einer oder nicht? Ja, es ist einer. Einen hab ich angeschossen bei B. Ah, der ist nicht verletzt. Vorsicht, Daniel, er hat deine Waffe bereit. Da ist halt noch Ding, ja. So, die werden jetzt wahrscheinlich verschoben haben rüber zu B. Ich komm von A hinten. Ihr geht da alle drei auf B rauf. Zwischen A und B im Gang hab ich gerade den Kopf ganz kurz gesehen. Der ist geduckt. Nee, schau nicht zurück, Daniel. Hallo? Geht schon mal auf B rauf. Ihr seid... Ich hab den Entschärfer. Warte, 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 warte. Koopa, ich plante den hier. Du nimmst den. Warte, wo? Hier ist kein... Einer muss im Raum sein. Einer muss im Raum irgendwo sein. Hier ist ein Entschärfer, Koopa. Ich schick meine Drohnen vor. Hier war vorne einer da. Oh, doch, da ist einer. Uuuuh, der kommt aus dem Fenster aus der Tür raus. Ah! Okay, ja, gut. Ich hab ihn markiert. Da kommt jetzt aus der Tür. Na gut, da bin ich jetzt rausgelaufen. Ihr seid zu zweiter, Jungs. Bernie. Beweg dich. Beweg dich. Beweg dich. Bernie, laufen. Nach vorne. Ich seh schon immer mal ein Klipschen, aber die sind wieder zu steig. 38 Sekunden, Jungs, da hinten. Jetzt Plente, Plente, Plente. Plente. Plente, ich hol die von A, die laufen wollen. Guck du auf die Tür. Guck auf die Tür. Die kommen von A. Ich, ich lenke die ab, Koopa. Ja, genau. Bleib so da sitzen. Geh du, geh du hinter. Okay, die kommen jetzt von A. Die kommen vom A-Eingang. Da, wo der andere herkam. Ja. Habt ihr geplantet? Zap, kommst du auch rein? Zap, du musst Leute auch langsam mal kommen, ja. Sehr schön. Lenkt die noch ab. Sehr schön, Zap. Der ist verletzt. Okay, alles gut. Der ist verletzt. Einen hab ich verletzt. Nein, der ist noch hinten drin. Schild, wenn ihr, wenn ihr ein Viertel noch übrig habt, dann habt ihr es gepackt. Dann könnt ihr ihn nicht mehr entschärfen. Der ist noch 5 Sekunden. So, Ben, jetzt musst du einen wegnehmen. Hoffe ich. Ne, nicht hoffen, musst. Fucking last fucker, stop shooting through the windows. Nice. Ist durch. Das Ding ist durch. Sehr, sehr geil. Wo bleiben die denn? Die kommen nicht mal. Die kommen nicht. Da ist er. Haben wir maximale Verwirrung gepackt. Sehr schön. Wir haben es sich nicht rausgetraut, weil ich durch die Fenster geschossen habe. Sehr, sehr geil. Ne, haben sie echt nicht. Ja, du warst doch schon dauernd. Ja, du warst doch schon dauernd. Ja, aber dann brauchten sie, mussten sie das ganze, durchs ganze Flugzeug rennen. Überall waren Castle Barrikanen und alles. Was du an so team? Ja, ich würde mal sagen, das ist die größte Anerkennung, die man haben kann. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Der fünfte Part und Folge von mir. Das nächste Mal gibt es einen anderen. Also haut rein. Tschüss ihr Pussis. Tschüss. Tschüss. Tschüss, ich Berry Setz. Tschüss. Vielen Dank.